ich probiere es nochmal also noch mal herzlich willkommen zu watchdogs und ich probiere es einfach noch mal so das dahin das geht nicht so 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 hilft es mir was? ich glaube nicht doch das da da haben wir das haben wir das so jetzt haben wir das keine nix ah jetzt jetzt haben wir das das stimmlich sind wir ah jetzt haben wir das jetzt haben wir das und jetzt haben wir das und jetzt haben wir das da gut jetzt haben wir weiter So, jetzt sind wir in der Wohnung vorne vom BeatBug. Jetzt tun wir den Tracker erst mal installieren. Und durch ihn kriegen wir dann Zugang zu diesen Leuten. Ein BettBug. Kommt bei jeder Frau ins Bett. Das ist niederlich. So hab ich dich aber nicht erzogen. Ich bin auf dem Weg. Ich muss jetzt los, Grammar. Hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Wurde du so eine Junge? Wenn sie wüsste, wenn sie jetzt dahin ist und flach will, äh, mir flach will. Mal sehen, ob du Dreck am Stecken hast. So, jetzt los, wir können voll. Ich muss es nicht kommen sehen. Wie soll ich denn durch? Ja, warte mal. Wir sind jetzt fast genau in der Nähe, sind ungefähr 40 Meter. Äh, 40 Meter Unterschied und so. Und dann mal schauen. Die hängen das nicht einmal, Mann. Stimmt. Stimmt. Aber... Darum will ich, dass du bleibst, wo du bist. Da hinten ist das Auto. Und... Da hinten ist das Auto. Oh, nein. Das Auto ist ein Auto. Ich rede mit ihm. Oh nein. Ich rede mit ihm. Nein. Alter, ich bin Allah. F**k, Mann. Warte nicht, was? Sieht aus, dass hier alles dicht macht. Bewegung. Was sind wir? Babysitter? Na, Soldaten, Bruder. Ja, da haben wir mir einen Ziehen gefahren. Weißt du noch, als Fly und seine Jungs verschwunden sind? Wir sind zu weit gegangen. Und Iraq hat sie selbst erledigt. So, da hast du geschwärmt mit Geld. Ich weiß nur, was ich beim Vergraben geholfen hab. Ah, sag das auch nicht so laut, B. Du weißt, dein Cousin hat Schiss, dass der Mist auf ihn zurückfällt. Ich sag, was ich will. Was? Bist du etwa auch so ein Schisser? Nur wenn ich mit dir zu tun hab, Mann. So, ganz langsam. Da. Erfolgen. Damit kann ich ihn erpressen. Wenn Iraq davon Wind bekommt, dann wird Bedberg auf einer Müllkippe landen. Seht auch laufen können die Stöcker rum. Danke, Mann. Pass auf dich auf. WMHB. Das gefällt mir gar nicht. Das könnte so absperren. Da könnten wir gleich selbst... Ja gut, das wär jetzt nett. Das würde so absperren. Da könnten wir gleich selbst die Bullen rufen. Ach, wir fahren doch nicht raus. Nicht mehr. Wen ist das gut und doch scheißegal. Echt beschissen, Mann, Mann. Ich seh ich so. Wir wollen's nicht. Jetzt suchen wir's weiterhin. Vielleicht können wir ihn auch so verfolgen durch die Kameras. Das wär eigentlich das Beste. Hat noch nie gevögelt. Und vor seiner Mama abgeknallt. Hast du die Karten? Klar, Bi. Den Nummern auf? Ja, sind drin. Und Iraq's Anteil? Mach dir keine Sorgen um den. Sorg dich um mich. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Dann. 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 Loise rocks. Ja, what up? Der geht wieder rüber. Wenn man gespannt, wo er hingeht. Den haben wir abgelenkt. So, immer da läuft er. Das wird dich was kosten. Das ist es wert, ehrlich. Das werden wir sehen. Verdammt, was geht ab? Nichts, B. Wir spielen nur. Ja, das seh ich. Ihr sollt aber perfekt nochmal aufpassen. Das sollt ihr eigentlich tun. Soll ich Irak anrufen und ihm sagen, dass ihr Idioten vielleicht jemanden reingeladen habt? Jetzt da war keiner rein, B. Die ganze Cruise draußen ist alles dicht. Wer besser? Wer besser? Wer besser? So, jetzt geht es weiter mit der Kamera raus. Tor ist geschlossen. Wir können es wieder aufmachen, theoretisch. So. Hey. Ja, ja, ja. Ach, das liegt. Was verdammt weißt du, dass so viel wert sein soll? Weil du nicht mehr viel Zeit hast, wenn du mich nicht bezahlst, B. Versuchst du mir zu drohen? Aber nicht mit mir, Mann. Glaubst du, dass Irak nichts davon erfährt? Was stimmt nicht mit dir, Mann? Ah, Mann. Irak? Im Ernst? Irak ist ein verficktes Problem. Okay, okay, okay. Erzähl mir, was du weißt. Hoffe, dass es es wert. Ist ganz simpel. Die werden dich runter zu den Bricks rufen und da wirst du dann umgelegen. Das ist doch scheiße, Mann. Wow, hey, hey. Was machst du denn, Mann? Komm schon, Mann. Ich verrate dich nicht. Ich bin kein scheiß Spitze. Wir sind doch von Anfang an zusammen. Lass mich helfen. Ich glaube nicht. Oh, wo muss man hin? Kameras, Kameras. Kamera. Die Kamera soll ich auch noch? Ne, soll ich auch noch rufen. Rabbit. Wie bist du? Der Typ, der deinen Arsch gerettet hat. Ich kann noch mehr tun, wenn du kooperierst. Wo sind die Bricks? Okay, bring mich erstmal hier raus. Dann sag ich's dir. Okay, pass gut auf. Das klappt nicht. hey, 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 hey. Du Treno, Mann. Ich typed es zu Govern! ne, ichactive mit einer Scheiß. ちょっと Lass du jemanden? Fehler. Ich habe dich bereit. Ich habe dich angeblendet. Ich habe dich invit. Ja, das wäre zu niemandem. Es wurde offensichtlich ges Glory. Danke, Weihnachten. Das war ein großer Mist. Ich muss sofort dahin und mich um diese Typen kümmern. Ich muss jetzt schnell abhauen und dann ist glaube ich diese Mission verpackt. Dann bin ich hier runter und dann bin ich hier und dann bin ich hier und dann bin ich hier. Mission beendet. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.